Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für klarer Kaffee-Likör. Dieser hier vorgestellte Zutat, Kaffee-Likör, ist die klare Variante, Likör zu zubereiten. Nicht cremig wie Kaffee-Creme-Likör, sondern eher an Schnaps erinnert ein wahrer, nicht ganz so üppiger Genuss. Für ca. 2 Liter werden folgende Zutaten benötigt. 75 Gramm geröstete, gute, hochwertige Kaffeebohnen. 200 Gramm braunen Kandiszucker. Ein halber Teelöffel Kadamomsamen. 1-2 Vanillestange, echte Madagaskar-Vanille. 700 Milliliter, eine Flasche, sehr, sehr qualitativ hochwertigen und guten Kornbrandwein, am besten von einem Bauern des Vertrauens, der noch selber Korn brennt. Folgende Utensilien werden benötigt. Gefrierbeutel und Hammer oder Küchenmaschine mit Cutter oder Moulinette. Messer, Schneidebrett, bauchige Groß- und Saubere Flaschen oder ein großes Einwegglas. Baumwolltuch, Küchensieb, Trichter, zwei saubere Flaschen mit Schraubverschluss A 700 Milliliter oder schöne Likörkaraffen. Zubereitung Die Flaschen sterilisieren und kopfüber abtropfen lassen. Die Kaffeebohnen und den Kandiszucker am besten in einem Gefrierbeutel mit einem Hammer grob zerschlagen oder in der Küchenmaschine cuttern. Die Vanilleschote aufschlitzen und mit den Kaffeebohnen-Kandiszucker-Gemisch sowie den Kadamomkörnern in eine bauchige Flasche oder ein großes Einwegglas füllen. Mit dem Alkohol auffüllen und die Flasche gut luftdicht verschließen. Den Likör an einem warmen Ort, jedoch auf keinen Fall in der prallen Sonne für drei Monate reifen lassen. Dann den Likör durch ein mit Mulltuch ausgelegtes Küchensieb abseihen und in die sterilisierten Flaschen oder Karaffen füllen. Aufbewahrung und Haltbarkeit Der Kaffee-Likör ist für sechs bis zwölf Monate haltbar. Vor Gebrauch den Likör immer gut aufschütteln. Getränk zu Mixgetränken, Cocktails oder pur zum Kaffee oder heißen Kakao. Zum Verfeinern von Kuchen und Torten, Pfannkuchen, Mehlspeisen, Nach- und Vorspeisen, Obstgerichten, für süße Pasteten, Musses und Terrinen und natürlich zu Eis, Sorbet und Parfait. Als Likör in kleinen Likörgläsern, für weiße Kaffee-Likör-Sahne. Diese Varianten gibt es. Kaffee-Creme-Likör Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!